Ja, meine Damen und Herren, wir haben wieder einmal eine Ausstellung in der Galerie am Spalenberg in Basel. Dieses Mal ist es keine Verkaufsausstellung, dieses Mal ist es eine reine Museumsausstellung. Drei Sammler haben Originalvorlagen für Plakate gesammelt und die zeigen wir heute mit den gedruckten Plakaten. Was die Ausstellung bringt ist, wir möchten den Litografen dorthin heben, wo er hingehört. Der Litograf ist normalerweise namenslos. Man redet immer noch vom Künstler des Plakates, aber nicht vom Litografen. Aber die litografische Leistung, das werde ich Ihnen jetzt zeigen, die ist ebenso hoch wie die künstliche Leistung des sehnlichen Künstlers, der die Vorlage bearbeitet oder erarbeitet hat. Aber als Basis dafür müssen wir eigentlich wissen, wie eine Litografie entsteht. Das kann ich vielleicht ganz kurz an diesem Stein erklären. Die Litografie ist eigentlich auf der Basis einer chemischen Eigenschaft eines Steines. Nämlich der chemischen Eigenschaft, dass ein Stein Wasser anziehen, aber auch Wasser abstoßen kann. Das hat ein Herr Senefelder 1796 erfunden. Und ab ca. 1820 hat man Farblithografien und Farblakate gemacht und man konnte endlich farbige Bilder kopieren und vervielfältigen, was vorher kaum möglich war. Wie funktioniert eine Litografie? Wir haben einen Stein, es ist ein Sollenhofener Kalkstein, ohne Einschlüsse, ganz sauber, fein geschliffen. Und dann wird eine Zeichnung, zum Beispiel hier sehen wir die Zeichnung von Marc Chagall. Das ist ein Plakat, lieber Italiener, von 1953. Diese Zeichnung muss der Litograf oder der Künstler seitenverkehrt per Fetttinte oder Fettdusche oder Fettkreide auf diesen Stein zeichnen. Natürlich, jetzt haben wir andere Sachen drauf, es geht nur um zu zeigen, wie es funktioniert. Ist diese Zeichnung seitenverkehrt noch einmal hier schwarz aufgezeichnet, dann wird das Ganze mit einer Ätze eingeschwemmt. Diese Ätze besteht aus Gummiarabikum, ca. 2-5% und aus Salpetersäure, ca. 3-6% und den Rest Wasser. Und was passiert? Man lässt es einige Stunden einwirken. Und überall, wo die Zeichnung freigelegt ist, d.h. wo keine Zeichnung ist, dort bewirkt die Salpetersäure einen kristallinen, einfachen Belag, der Wasser anzieht. Also der Stein wird wasseranziehend. Und unter der Fetttinte oder Fettdusche bewirkt das Gummiarabikum, dass unterhalb der Zeichnung der Stein Wasser abstoßen wird. Das heißt also, die Lithographie besteht aus Anziehung und Abstoßung von Wasser. Der Druck ist nun ganz einfach. Man am anderen Tag oder ein paar Stunden später säubert man diesen Stein von dieser Tinte. Man sieht gar nichts mehr. Und dann geht man mit einer Wasserwalze über den Stein und überall, wo die Zeichnung freigestellt ist, also wo keine Zeichnung war, nimmt es Wasser an. Es wird nass. Und überall, wo die Zeichnung war, unterhalb, bleibt es trocken. Es stößt das Wasser ab. Und dann kommt die Farbwalze und fährt drüber und die kann natürlich nur dort übergeben, wo der Stein trocken ist. Das ist das Prinzip des Lithographiedruckes. Zum Lithographiedruck habe ich noch eine Bemerkung. Vorhin haben wir eine schwarz-weiß einfarbige Lithographie gemacht. Wenn wir, wie hier von Mattis, eine Lithographie haben, die mehrere Farben hat, dann muss ich pro Farbe einen neuen Stein machen und das noch einmal überdrucken pro Farbe. Das heißt, bei vier Farben muss die Lithographie viermal gedruckt werden. Das noch zur Farb-Lithographie. Aber was vielleicht noch wichtiger ist jetzt für diese Ausstellung, ist der Unterschied zwischen einer Original- und einer Reproduktions-Lithographie. Eine Originallithographie, das ist eigentlich das Gebiet der Künstler, die lithographische Kunst erzeugen. Manchmal machen sie eine Vorlage oder manchmal gehen sie direkt auf die Platte und beginnen zu malen bzw. zu zeichnen auf der Platte. Die Idee eines Malers, die ist manchmal nicht durchsichtig, vielleicht auch etwas undurchsichtig. Wir wissen nicht, vielleicht sieht er einen schönen Baum draußen und der Tag ist schön und ein Fluss vorne dran und dann macht er einen Fluss und einen Baum. Und er kann jederzeit, wenn ihm eine Form nicht passt, die Form wieder ändern, er kann wegschleifen und kann wieder etwas Neues hinzuzeichnen. Er kann jederzeit die Farbe wechseln und sagen, die Farbe gefällt mir nicht, ich mache eine andere Farbe oder beim Überdrucken entsteht eine Farbe, die ihm nicht gefällt, dann wählt er eine andere Farbe. Und so läuft der künstlerische Prozess auf dem Stein weiter. Das ist die Stein-Lithographie eines Künstlers. Und wenn ein Künstler den Stein selbst bearbeitet, reden wir von einer Original-Lithographie. Jetzt gehen wir hinüber zur Plakat-Lithographie. Die Plakat-Lithographie stellt ganz andere Anforderungen an den Künstler und an den Lithografen. Für den Künstler stellt sich die Anforderung, dass er einen bestimmten Gegenstand oder eine Versammlung oder irgendeinen Kongress beschreiben muss. Aber er muss es so beschreiben, dass es Aufmerksamkeit erwirkt. Er muss Aufmerksamkeit erzeugen. Das Plakat muss am Ende, wenn es dann draußen hängt, gewinnen gegenüber den anderen Plakaten. Das weiß der Künstler. Im Normalfall früher gab es ja keine Ateliers für Grafik, sondern es gab den Lithoshop bzw. die lithographische Werkstatt. Man ging dahin und hat gesagt, ich brauche ein Plakat. Der Lithograph, der kannte einige Künstler und hat gesagt, ich werde zwei, drei Künstler fragen, die Entwürfe machen. Und dann hat man, das ist ein Originalentwurf, hat man zwei, drei, vier Entwürfe gemacht. Und wenn der Auftraggeber einverstanden war, dann musste er im Weltformat Größe, das ist 1,18 Meter mal 980,5 Zentimeter, musste er ein Bild malen. Das ist ein Originalbild, gemalt von Künstlern. Und jetzt kommt der Lithograph. Der Lithograph, der hat überhaupt keinen Spielraum bei der Entwicklung seiner Lithographie. Er muss sich an die Vorlage des Künstlers halten. Und das ist viel, viel schwieriger, viel schwieriger und faktorenschwieriger, wie wenn man freihändig auf dem Stein irgendetwas zeichnet. Zuerst hat er, in diesem Fall, bei dieser Lithographie, über Pauspapier, hat er die Form herübergepaust und dann auf gelbem Papier hat er den braunen Teil gedruckt. Jetzt dieser braune Teil macht doch gar keinen dreidimensionalen Eindruck. Erst als er mit dem zweiten Stein, das ist also der nächste Druck, das weiß gedruckt hat, und das diese Teile gedruckt hat, wird es ein bisschen plastischer. Aber ganz plastisch wird es erst, als er dieses Grau auch hier verwendet und hier diese Teile in Grau und Schwarz zeichnet. Jetzt wird es absolut plastisch. Und die Farben sind auch im Normalfall viel stärker. Die Lithopharben sind starke Farben. Sie wirken auf der Straße. Dieses Plakat hat übrigens keine Schrift. Das ist ganz einfach und das hat man früher sehr viel gemacht. Man hat einfach das Bild gemacht und man hat sehr viele dieser Bildplakate gedruckt und dann je nach Spiel, das sie hatten, in Lugano, in Berlin oder weiss ich nicht wo, hat man dann den Eindruck nachträglich gemacht. Das war die billigere Variante. Wir hatten vorhin ein relativ einfaches Plakat mit diesem Eishockey-Handschuh. Hier haben wir es mit einem sehr komplizierten Plakat zu tun, das Eichhörnchen. Das impliziert, dass wir hier die sauberen Zähne oder die Zähne zauber putzen. Ich glaube, das Plakat war damals 1945 auch ein wenig auf die jungen Leute ausgerichtet, sie zum Zähneputzen zu animieren. Aber was wir hier sehen, ist ein kompliziertes Bild zu lithografieren und wir haben hier eine Schrift und diese Schrift ist von Hand gemacht. Es sind keine vorgefertigten Lettter. Sie ist von Hand gemacht vom Künstler. Und jetzt gehen wir hinüber zu der Lithographie. Hier sehen wir, es hat mehrere Farben, es hat mindestens fünf Farben in dieser Lithographie. Und der Lithographie muss sich zum Voraus entscheiden, welche Formen und welche Farben er nacheinander druckt. Wenn er zum Beispiel die feinen Haare hier zuerst drucken würde, dann würden die verschwinden, die feinen Haare. Das heißt also, man muss ganz genau überlegen, was nacheinander gedruckt wird. Es ist wie ein Schachspieler, der fünf Züge voraussehen muss. Und jeder Zug ist kompliziert. Jeder Zug hat seine Farben, die man beachten muss. Und jeder Zug hat seine Formen, die man beachten muss. Und was hier zu sehen ist, inklusive Schrift, die der Lithograph von Hand umgekehrt, zeitenverkehrt gezeichnet hat, das ist ein absolutes Wunderwerk. Das ist nicht mehr ein Plakat, das ist ein Kunstwerk, meine Damen und Herren. Also hier haben wir wieder ein sehr, sehr, sehr kompliziertes Plakat zum Lithographieren. Wir sehen hier die Vorlage von Niklas Stöcklin von 1945. Die Farben dieser Muschel sind übergreifend ineinandergehend. Und das ist eine wirklich schwierige Situation für den Lithographen. Und auch hier im Übrigen, wenn Sie die Schrift anschauen, die Schrift hier ist von Hand gemacht und die Schrift hier ist von Hand gemacht. Aber es ist nicht die Form alleine, die der Lithograph übertragen muss, sondern die Farben, die ineinander fließen. Das ist hochkomplex, was hier der Lithograph fertiggebracht hat. Man kann sagen, das ist die Lithographie in der höchsten Kunstausrichtung. Und ich kann mich erinnern, ich hatte vor Jahren einen Künstler hier, der hat so ein Plakat angeschaut, das ist ein Künstler übrigens, das vergaß ich zu sagen, der selber lithographiert und immer lithographiert hat. Der ist dann das Plakat gegangen, hat hingeschaut und hat gesagt, Wahnsinn, Wahnsinn, was dieser Lithograph gemacht hat, das könnte ich nie und nimmer. Hier haben wir im kleinen Bigasso-Raum in dieser Galerie eine kleine Sonderausstellung zum Plakat, nämlich die Plakate von Irene Zurkenten. Sie ist eine sehr bekannte, sie war eine sehr bekannte Basler Künstlerin. Und 1932 war das die erste Ausstellung in der Galerie Schultes und es war das erste Plakat. Zu dieser Zeit hatten weder Künstler noch Galerien das Geld, eine teure Lithographie sich zu leisten und man hat die Plakate ganz einfach von Hand gemalt, ohne Jahresangaben. Man hat da etwas gezeichnet, ein Bild gemacht, das sind alles Originale. Das heisst, die Künstlerin ist auch gleichzeitig die Plakatausführerin. Und hier hat die Galerie Schultes, vielleicht ist man da zwei Rüsten Geld gekommen, ein Blatt gedruckt mit Ausstellung und Galerie am Schultes. Und der Künstler konnte jeweils ein Bild malen, um sich darzustellen für diese Ausstellung. Und das ist noch das letzte handgemalte Plakat. Das war nach der Eröffnung der Komödie 1950 in Basel mit Eve-Marie Kreis Tanz und Irene Zurkenten Malerei Cocktail de Minuit. Jetzt noch ganz kurz Aussicht auf einen nächsten Beitrag. Und das ist die Bigasso Originalplakatsammlung hier in der Galerie am Spalenberg. Bigasso hat seit seines Lebens 55 Original-Grafikplakate eigenhändig gemacht. Zudem hat er weitere Originalplakate, total sind es 117 Plakate. Alle diese Plakate befinden sich in meiner Sammlung, in meinem Besitz selbstverständlich unverkäuflich. Und wir werden vielleicht einmal einen Beitrag über diese Bigasso-Sammlung drehen. Vielen Dank. Vielen Dank.